So, jetzt war mal das letzte Level. S11. Das große Finale. Let's go. Boing, boing. Boing, boing. Okay. Ich weiß nicht, was hier passiert. Aber ich mag... Eigentlich mag ich diese Lichtereffekte hier. Aber zum Teil mag ich sie aber auch nicht, weil dann denke ich immer, oh, schau mal, da könnte ein Blaustirn sein. Und am Ende ist da ob keiner. Und das macht mich sad, man. Bitte sagt mir, das ist ein richtiges Lärm, wenn ich einfach nur so ein kleines Bonus... Ja, äh, kriegst du überall noch Coins reingeschmissen. Oh, komm. Bitte sei ein gutes Kost. Warum krieg ich eine Zeit? Das ist ja vielleicht lang. Der hat den ersten Stern. Es gibt ja immer noch Sterne. Das habe ich auch gemerkt. Drei. Das heißt, das ist jetzt unser 121. Stern. Da haben wir am Ende 100... 23 Sterne, warum auch immer. Komische Zahl, aber why not. Ich bin nicht der Entwickler. Ich bin zu sie weißes Lader auch nicht, sonst hätte ich sie gefragt, man. Nein, 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 nein. Ich habe es gesehen. Sorry. Da war doch ein Check-Bahn, oder? Direkt davor? Oder bin ich blind? Ich will... Ich will... Ich will... Lala... 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 La 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 la. Mh, mh, mh. Komm, sagen wir mal genug Gemünzen für den Run-Up? Können wir das Spiel abschließen mit noch drei weiteren Run-Ups? Boah, das wäre doch geil. Leute. Mh, 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 ja, ja. Das Spiel macht aber schon Fun. Ist aber für 6 Euro in meiner Meinung nach ziemlich... Teuer. Und das ist viel zu wenig Content. Kacke, warum... Warum sterbe ich gestern in diesem Level? Und warum lag es gerade? Es lag gerade, oder? War es jetzt gerade ich, oder hat es gerade gewinnt? Geleckt? Was mache ich denn wirklich dumm? Warum gebe ich mich eine Münze, dass es lohnt sich doch überhaupt nicht, maaaan. Oh, oh, my goodness. Ich muss das jetzt schaffen, sonst raste ich aus, man... Mh, mh. Es wird über den Baum kommen, das ist das Letzte in der... Stell dich vor, am Ende sagen wir so, yo. Wir haben euch richtig reingelegt, man. Es gibt noch Geheime 2. Oh, man. Das ist super geile Level hier, oh yeah. Ich habe kein Leben mehr, ich habe kein Leben mehr, ich darf jetzt nicht sterben, sonst war's das für immer. Na, 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 na. Epic Party hier, großes Finale, seid ihr doch auch schon gehypt? Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Bu-Dum-Ba-Dum-Ba-Dum-Ba-Dum-Ba-Dum. Oh, yeah, yeah. Wir chillen hier an dieser Stelle, einfach allkanz krass. Das wird richtig nice und chillig mit einem einzigen Try Oh yeah, ja, ihr könnt mir halt gar nichts Ich schaff das auch so ganz easy Leute sagen, das ist cringe, wenn ich singe Aber ihr könnt mich mal Ich war's, ich liebe euch alle Und macht das doch jetzt richtig so Soll ich gucken sie sonst gibt's morgen keine Mehren für dich Wenn. Oder gab es mal niemand Aber das ignorieren wir jetzt, weil wir wollen Kein Money wallen und Blaustern haben acyj Sah gradzu aus, dass wär das Ziel Aber kann ja gar nicht sein Stand ist ziemlich lang Musst ich so sagen Ich hoffe, es endet sich noch zu nem guten Leben Und hier gibt's noch mal ganz viele Comments. Ich weiß das Längen ab, man schwör ab, aber ist mir egal, ich mach was ich will. Oh yeah, ich hab alle Comments eingesandt, denn ich bin richtig krass im Game. Unsichtbare Band legt mich doch einfach und lass es mich in Ruhe. Niemand macht ab ab dich. Steht euch vor am Ende Volli so sinnlich. Jeden einzelnen Gegnern mit einem Levelkill um den letzten Blowschnur zu bekommen. Wer ziemlich AIDS muss ich zugeben, aber das trau ich denen irgendwie zu, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es doch einfach nicht, man. Schon wieder diese Plattform, die ist aber nicht schwer. Finde ich, nur hat sie leider eine unsichtbare Wand, die richtig aufregt. Da ist ne Bombe, wer weg da? Wo ist der zweite Stern? Ich glaub ich da. Das Level neu machen wir. Ich glaub ich könnte drauf gehen. Darf ich aber wohl nicht? Einen Trial hab ich aber noch. Wow! I'll passen. Sonst wird's ja knapp mit deinem Leben, man. Pass doch auf, Jungchen. M-m-m. Ja, was soll ich denn da machen an der Stelle? Soll ich's nochmal versuchen, oder? Aber jetzt bewegen die sich nicht mehr? W-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Da will ich aber auf jeden Fall schon mal kurz nachsehen. Oder der zweite Stern ist, oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein, dass er hier nirgendwo ist. So, Leute, bin wieder an der Stelle. So. Und ich muss sagen, ich habe mir vorhin ein Video so durchgespielt, wo jemand das irgendwie in First Try geschafft hat und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Sonst hätte ich zumindest den zweiten Stern nie gefunden. Der ist... Denke ich mir nur so, why? Also ich habe es halt nur durchgespielt, damit ich sehen kann, okay, wo sind die Sterne und was für eine Stelle? Wie sieht die Schilder aus? So, muss ich einfach warten. Ich glaube, ich muss hier einfach warten, bis da so eine Plattform... Ach was, das bewegt sich von alleine. Aber komm, sowas kann man doch nicht riechen. Okay, jetzt geht nicht weiter. So, hier haben wir noch Wumms. Ja, ist jetzt wieder fröhlich heute. So, ist immer sie wieder. Tschüss. Und ich habe mich entschieden, dass wir dieses Level Dornen neu vorgepacken. Weil es jetzt doch ziemlich lange dauert. Also, ja, ihr Willkommen zur letzten Folge. Oh Mann, sorry. Das war nicht mehr lustig, aber ja. So, genau, diese Stelle war das, glaube ich. Ich glaube, hier irgendwo unten unter so einem Stein. Oder war das nicht hier? Nein, das war ein zweiter oder so. Aber unter irgendeiner Stelle gab es einfach so ganz dreist mit einem Blaustellflasch. Den sieht man ja nicht mal glitzern, ja? Würde man den Glitzer ansehen? Okay. Aber nein. Nein. Kommt ein Buckzu. Hier. Nein, noch nicht. Hier? Ich glaube, der hier ist es. Nein, das ist es nicht. Mann, warum sterbe ich? Okay, ich gucke noch kurz noch mal nach. Oh Mann, nein. Okay, ich weiß wieder, wo es ist. Und, ja, es war doch ein Zweiter. Und, ja, ich habe mir das Video, das Video angeguckt. Ich habe mir nur durchsgeskippt. Also, diese Stelle kenne ich aber. Und warum bin ich jetzt gestorben? Das war ziemlich anlackig. So, ja. Uff. Big Uff, ey. Aber danach haben wir das Spiel durch. Und haben da alles, was wir im Spiel sammeln können. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass es noch was gibt. So, hier. Ich glaube, war das hier nicht? Hier. Ja, das... Wie kommt man darauf? Hä? Check ich nicht. So, der dritte Stern ist soweit. Ich weiß einfach so ein Ding. So ein Ring halt. So, haut mal ab, ihr Klitschkos. Niemand kann euch leiden. Also, haut mal ab, hier. Niemand will euch im Finale sehen. Na gut, ihr passt im Finale rein. Aber geht weg! So, tschüss. Blub, 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 blub. Hier, genau. Und ich habe gesehen, dass der Typ hier einfach drunter konnte. Also, unter diesen Blöcken rein hier. Egal, ich weiß gar nicht, was ich meine, aber... Aber ich werde es euch einfach hier zeigen. Da, zuck. Zack, äh, zuck. Ja, genau. Ich zuck gleich hier, Alter. Aber das wusste ich gar nicht, dass man hier einfach stehen bleiben kann. Einmal auch was Neues. Wow! Oh, Leute, vielleicht ist es aber nur in diesem Level so. Das kann auch ganz gut sein. Ah, ein... Ja, ich mache das ja alles in einer weiteren Folge, das Grand Finale hier aus diesem Spiel. Einfach, weil ich so lange für das Level brauche und ich habe jetzt keinen Bock, euch so eine 30, 40 Minuten Folge zu geben. Falls ihr sowas besser findet, dann schreibst du mir meine Kommentare, dann mache ich das in der nächsten Zeit in den nächsten Projekten. Wow. Wow. Aber dieses Level ist schon mega lang. Was aber nicht schlecht ist. Auf gar keinen Fall. Oh, Susi! Man sieht Susi! Woo! Aber man muss alle Coins einsammeln, glaube ich. Ah, nee, man muss einfach nur ganz nach oben. Okay. Das ist Ziel! Oh mein Gott, Leute! Das Ende von diesem Spielfeuerwerk! Juhu! Aber ich will das nicht beenden, das Spiel. Runterspringen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir machen hier das alles auch ganz zu Ende. One up! Warum auch immer! Und... Damit geht das Spiel zu Ende. So Leute, und unter diesem Video, und unter dem letzten Video, wo ich den Postmusik hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber würde ich gerne mal wissen, wie ihr das Spiel so fandet. Und da haben wir nochmal ein Gruppenfoto. Schön mit allen Gegnern. Jetzt sind wir alle befreundet. Yay! So Leute, ich schmeiße es nochmal irgendwo mitten drin noch rein ins Video. Damit es ein wenig länger wird. Und zwar... Ähm... Bin ich gerade in 2-1. Und ich wollte natürlich nicht was über Achievements erzählen, weil ich irgendwie... In diesem Blitzplay irgendwie... Viel über die Achievements rede. Und mir die teilweise wichtig sind. Also Steam-Achievements sind teilweise schon wichtig. Nicht so wichtig. Sind halt fucking die Achievements, aber ja. Und wie ihr seht, habe ich gerade das... Ähm... Torch-Rätsel geschafft. Wo es eigentlich ein... Achievement gibt. Aber... Ich habe nichts bekommen. Woran liegt das? Ich werde mal ganz kurz die Zähne wechseln. So, ich sehe gerade diese Website hier. Äh... Exo-Face oder was auch immer. Ich kenne die Website nicht, aber... Ich habe ein wenig gegoogelt. Warum ich manche Achievements nicht bekomme und was auch immer. Und... Äh... Wie man hier seht... Und das hier zeigt es an... Äh... Wie viel Prozent... Also... Ja... Gott sieht man halt... Was das bedeutet soll. Hier 9% der normalen Spieler haben das und das Achievement bekommen. Die meisten Leute haben halt... Weil die das Spiel gekauft haben... Das direkt halt... Abgegeben. Sieht man ja. Dass es vielen nicht gefallen hat. Kann ich verstehen. Das sind auch 6 Euro. Finde ich etwas viel. Also... Soweit ich weiß, ist das hier so, aber... Kann mir auch irren. Tut mir leid, wenn ja. Aber was ich gesehen habe, das Wichtige war... Hier unten, die letzten hier. Äh... Miau, glaube ich, habe ich schon bekommen, ja. Äh... Aber Immortal... Du hast 100 Leben. Ich werde es erstens nicht ausprobieren. Und zweitens glaube ich nicht, dass das... Äh... So funktioniert, weil... 0% haben. Es ist ultra rare. Niemand hat es. Und... Oh, das kennen wir alles. Und hier. Special Star Star Star. Finde alle Sterne des Special World. Das haben wir ja gemacht. Aber... Man hat sich... Man hat nichts bekommen. Und deshalb wird man niemals... Alle Achievements bekommen in den Spiel, weil das irgendwie verpackt ist. Was ich... Sehr blöd finde. Und hier. Flamon. Das habe ich euch gerade gezeigt. Das sollte... Vor-Torch-Puzzle... Das habe ich ja auch im Let's Play gemacht. Ich habe es so kurz mal gezeigt, damit das halt... Zusammenhang hat, zur Verbindung ist. Das haben irgendwie Leute geschafft. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch verstanden mit dem... Hier, mit dem Achievement. Aber ich wollte euch damit zeigen, dass es halt Achievements gibt, die halt einfach nicht funktionieren. Aber soweit ich weiß, ist das hier weggenommen worden mit einem Update. Weil... Ich kann das auf Steam nicht mehr finden unter den Achievements. Was ziemlich komisch ist. Aber bei mir kriegt das schon... Also ich gehört das schon ein wenig. Dass ich das hier nicht bekomme und hierzu nichts im Internet finde. Aber gut, Achievements sind halt nur so Bonus-Sachen. Braucht man jetzt nicht. Sieht noch auf Steam bin ich blöd aus dann. Aber ihr wisst ja alle, ich habe das Spiel komplett durchgespielt. Alles gesammelt, was geht. Eigentlich auch alle Achievements geholt. Wie auch immer. Ja. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Und da sind die Credits nochmal. Ja Leute. Die haben wir uns aber schon mal angesehen. Deshalb werde ich es skippen. Das war es tatsächlich. Was war das denn? Habt ihr das gehört? Hört ihr das? Na ja, egal. Das war das ganze Spiel. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefunden. Das war es jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Beim nächsten Indie-Spiel. Beim nächsten Projekt. Beim nächsten... Ich fühl's gleich beim nächsten Video. Haut rein Leute. Schönen Dank noch. Und ciao. Wow!